Kann ja sein, dass das bei unserem U16-Weltmeister Friedrich Swane jetzt ganz schnell geht. Der war lange Friedemeister, total überbewertet, mit einem ELO über 2400, aber dann war die Pandemie. Es gab nicht so richtig Turniere, er hatte bewusst entschieden, auch die wenigen Turniere, die es gibt, auszulassen und erst wieder ans Brett zu gehen, wenn die Pandemie vorbei ist. Das hat er im Interview mit den Perlen erzählt, als ich ihn zusammen mit seinem Bruder Rasmus, dem Großmeister Rasmus Swane, interviewt habe. Jetzt gehen die beiden wieder ans Brett und Friedrich Swane wurde sofort internationaler Meister. Und das war ja nur ein Zwischenschritt, das war abzusehen, dass er IM-Stärke schon hat. Und jetzt hat er gleich die erste Großmeister-Norm geholt. Und wir wollen mal gucken, ob er so weitermacht, ob er noch dieses Jahr, was ich nicht glaube, ich glaube gar nicht, dass er dafür genug Turniere findet. Aber nächstes Jahr können wir mal prognostizieren, wird Friedrich Swane Großmeister. Vielleicht sollte ich das nicht prognostizieren damit. Setze ich ihn unter Druck, wenn er das hört, und das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber sicher ist, Friedrich Swane ist rasant stärker geworden und hat wahrscheinlich schon, sagen wir mal, annähernd Großmeisterspielstärke. Ich zeige euch die entscheidende Partie aus dem Großmeister-Turnier, das gerade in Kiel zu Ende gegangen ist. Da musste er in der letzten Runde gewinnen, um die Norm unter Dach und Fach zu bringen. Und nicht gegen irgendwen, Jakob Leon Pajekin, der ist IM, das ist auch ein junger, starker deutscher Nachwuchsspieler. Den musste Friedrich mit Schwarz schlagen, damit die Norm klar war. Und was wir jetzt sehen, das ist ein Klassenunterschied. Das ist schon sehr, sehr stark. Die Partie ist relativ lang, aber ich will gar nicht viel kommentieren. Die können wir einfach so vor uns ablaufen lassen an vielen Stellen. Denn wie aus einem Guss und die schwarze Stellung wurde immer überwältigender. Und am Ende war es die totale Dominanz und der Weiße ist zusammengebrochen. Das war schon schön anzuschauen. Gucken wir mal rein. Weiß spielt das London-System. Das ja nicht tot zu kriegen ist. D3, C5. Friedrich hält D5 zurück. C3, Läufer A6. Das ist so ein typisches Motiv. Um den vermeintlich schlechten Läufer gegen den sicher guten Läufer des Weißen vom Brett zu kriegen. Ist dieses Läufer A6 ein typischer Zug. Die Einschätzung hat sich so im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen geändert. So vor 30, 40 Jahren hätten noch die Großmeister gesagt, dass Läufer A6 hier der beste Zug ist. Dass heute selbst mit dem schwarzen Bauern auf D5 würde man sagen können, dass auch Läufer B7 spielbar ist. Was dann die Kontrolle über E4 zementiert. Naja, Läufer A6. Läufer A6 erzwingt zwar mehr oder weniger diesen wünschenswerten Abtausch der Läufer. Also erzwingt im Sinne von Weiß kann natürlich nicht Läufer C2 oder so spielen, weil dann darf er nicht mehr rochieren. Aber das ist auch damit verbunden, dass der Schwarze, wenn Weiß auf A6 tauscht, seinen Springer ein bisschen schlecht stellt. Der steht ja auf A6 nicht gut. Der muss dann irgendwie wieder zurück in die Partie geführt werden, was Zeit kostet. Ein bisschen überrascht hat mich, dass Weiß hier nicht auf A6 nimmt, sondern 0-0 spielt. Läufer D3, Dame D3. Und dann könnte man ja meinen, da steht wenigstens die Weiße Dame etwas aktiver. Die weißen Türme sind schon verbunden. Aber wir werden gleich sehen, dass sich die Weiße Dame auf der D-Linie gar nicht so wohl fühlt. Springer C6. Der muss jetzt nicht über A6 zurückgeführt werden, sondern kann sich direkt zentral entwickeln. Springer BD2. Und jetzt kommt auch D5. Turm Fe1. Ja, Weiß hat im Grunde zwei Ideen. Entweder er versucht E4 durchzusetzen, oder er zementiert einen Vorposten auf E5 ein, in Verbindung mit Spiel am Königsflügel. Alternativ kann man hier auch überlegen, ob man vielleicht C4 spielt oder A3, B4 ist auch so ein Motiv, das gelegentlich zu sehen ist. Das ist eher unüblich. Turm Fe1. Dame C8. Das fand ich ein bisschen gekünstelt von Frederik. Aber das ist eigentlich ganz normal. Die Idee davon ist, ich meine, Schwarz will auch seine Türme verbinden, bevor er sie dann zentralisiert. Und die schwarze Dame kann nicht nach C7, weil da der Läufer drauf guckt. Also fährt er seine Dame über C8 nach B7. Und da soll sie stehen. Und vielleicht auch schon ein schwarzes Vorgehen am Damenflügel unterstützen. Wäre so. Ein Faktor, der für die Dame auf B7 spricht. Turm AC1. Turm D8. Die D-Linie war jetzt geräumt. Und hier stehen sich diese beiden gegenüber. Das gefällt der Dame immer nicht im Vis-a-vis mit dem Turm. Springer E5. Dame B7. Ja, er hat hier keinen Zug gefunden, um weiter zu verstärken. Und gibt dann halt die Zeit her. Die Dame C8, B7, C6. Die er jetzt braucht, um auf C6 rauszunehmen. Und hier wäre es jetzt für den Weißen wirklich an der Zeit, sich zu überlegen, was mache ich denn eigentlich Aktives. B3. B3 ist jetzt kein schlimmer Zug. Aber B3 ist ein Zeichen, dass der Weiße nicht so richtig Ideen hat, wie es eigentlich weitergehen soll. Turm AC8. Dame B1. H6. H6. Luftloch kann nicht schaden. Dame B2. Jetzt hat der Weiße seine Dame nach B2 gefahren. Ohne, dass das mit einem aktiven Plan verbunden wäre. Und ja, Schwarz verstärkt jetzt langsam und geht am Damenflügel vor, während der Weiße am Königsflügel oder im Zentrum so gar nichts hat. White is now going downhill, hat die Engine hier eben kommentiert. Ich habe das einmal durch die Engine laufen lassen und die erzählt dann vieles, was Quatsch ist. Aber dieses is going downhill zeigt schon an, was jetzt passiert. Der Schwarze verstärkt jetzt immer weiter und der Weiße findet nicht so richtig Mittel. Ich habe mir C4 ein bisschen angeguckt. Das wäre vielleicht eine Idee. Schwarz hat dann auch Vorteile, aber das wäre vielleicht eine Idee, das hier alles aufzulösen. Und dann der Schwarze ist ein bisschen besser zentralisiert, dann zwar ein bisschen Nachteil zu haben, aber irgendwie den halben Punkt zu erzwingen. So, in dem Sinne könnte man als Weißer C4 spielen. Irgendwas muss man ja machen. Er spielt hier D schlecht C5. Zentralisiert seinen Turm und Friedrich tauscht die Damen. Was ganz interessant ist, denn die Weiße Dame steht ja gar nicht so glücklich. Und wenn man aktiver steht und ein bisschen Druck hat, dann hält man ja eigentlich Material auf dem Brett. Aber hier ist Dame E3 wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Weil sich der Weiße durch seinen Zug B3 schwarzfeldrige Schwächen am Damenflügel geschaffen hat. Die ja auch der Kollege auf F4 nie wird kaschieren können. Wohingegen der Läufer auf E7 sich gerne da reinstellen möchte. Und das erreicht Schwarz durch den Damentausch. Turm C2, Turm C6. Der Schwarze hat ein klares Ziel. Weiß hat sich in rückständigen Bauern auf der C-Linie eingehalten. Er hat auch Schwierigkeiten, den mit dem zweiten Turm zu decken. Da sehen wir schon den auf den schwarzen Feldern eingedrungenen Läufer. Insofern findet der Weiße nichts besseres, als hier den Springer heumütig zurückzuziehen, um diesen Läufer rauszuschmeißen. Was aber nichts daran ändert, dass Schwarz jetzt Druck auf der C-Linie aufbaut. König F2. Ja, für den Moment und unmittelbar geht es am Damenflügel nicht so richtig weiter. Aber Weiß kann ja gar nichts machen. Insofern, es eilt nicht. Dieses Endspiel-Mantra, das gilt hier auch. Der Weiße hat ja nichts Richtiges. Und insofern eilt es für den Friedrich nicht. Der verstärkt einfach weiter, zentralisiert seinen König. H5. Und im Weißen fällt nichts Aktives ein. Drum DC1. Springer D7. Springer D7 räumt den F-Bauern. Will F5 spielen und Raum am Königsflügel abgreifen. Damenflügel steht schwarz schon dominant. Jetzt soll das gleiche am Königsflügel entstehen. Und vor dem Hintergrund wäre es hier wahrscheinlich am besten gewesen, G4 zu spielen und wenigstens hier so einmal einen Flock einzuschlagen und zu sagen, nee, Friedrich, komm, jetzt kannst du dich hier nicht auch noch ausbreiten und das Brett auf der ganzen Breite beherrschen. König D3, vielleicht sollte das ja, Weiß hat ja zuletzt König D3 und dann DC1 gespielt, vielleicht sollte das C4 vorbereiten, aber das geht halt an dieser Stelle nicht. Springer C5. Und Weiß muss hier König E2 spielen. König D2. Geht nicht so gut, denn dann ist der Bauer weg. Und den kann Weiß nicht zurücknehmen. Schwarz am Zug gewinnt. Abzugsschlag. Springer E4. Weiß muss hier König E2 spielen. Und nach Springer A4 hängt halt der Kollege hier auf C4 und lässt sich auch nicht gut decken. Wenn Weiß jetzt mit dem König zurückgeht, um den zu decken, nimmt man trotzdem raus. Das Problem ist, nach Turm C4 hat Schwarz hier immer eine Gabel. Da sieht man schon die dominante Stellung des Schwarzen am Königsflügel, wo der Weiße einfach zurückgedrängt steht und wo ihm auch ein Verteidiger fehlt. Also der Versuch mit C4 hier alles aufzulösen und Sachen vom Brett zu kriegen, das geht nicht. Auf dieser Schwäche bleibt der Weiße hängen. Weiß ist verständlich, will irgendwas Aktives machen. Wenn man schon gesagt hat, G4 wäre hier wahrscheinlich eine ganz gute Idee, um zumindest am Königsflügel die schwarze Expansion zu brennen. Der macht E4. Das verliert nicht unmittelbar Material. Aber das bringt halt mit sich, dass Schwarz jetzt auch am Königsflügel vorgeht. Und es liegen auch immer neue Züge in der Luft, jetzt in der Folge, mit denen der Schwarze weiter verstärken kann. Läufer G5 ist jetzt keine taktische Drohung, gewinnt kein Material oder so, aber Läufer G5 ist jetzt in der Stellung. Turm F1. Turm D8. Und jetzt ist Nebenläufer G5. Auch das Feld D3 ein Problem. Turm D3 wäre möglich, auch wenn das jetzt noch nicht so viel bringt. Auch Springer D3 mit der Idee Springer B4. Denn der Turm hier ist ungedeckt. Und ungedeckte Figuren sind immer Ziele. Und so kann Springer B4, wenn das weiß, schwarz dazu käme, müsste der Turm ziehen, dann fällt der Bauer C3 um. Okay, weiß, nimmt auf G4 raus, spielt Läufer E5. Der bleibt da aber nicht lange, denn jetzt kommt Läufer G5. Und der Läufer muss das mit F4 abdecken, denn König E2 ist schon schwierig. Jetzt kommt Springer D3 und der Läufer hängt, der Läufer muss ziehen. Der kann nicht nach D4 ziehen, denn dann nimmt der schwarze ihn einfach weg. Da sind wir wieder bei dieser Fesselung. Wir haben eben schon den ungedeckten Turm C2 erspäht. Insofern muss Weiß hier Läufer G3 ziehen. Und dann kommt dieses Springer B4. Der hängt, der muss ziehen und am Ende fällt der Bauer C3 um. Da geht schon was über Bord. Insofern, der mit dem König zurück geht nicht. Weiß muss Läufer F4 ziehen. Friedrich tauscht den raus. Spielt König G5. Jetzt droht Turm D3 Schach. Dieses Feld hatten wir auch schon entdeckt. Jetzt droht nicht der Springer, sondern der Turm da einzusteigen. Und dann hängt am Ende der König aus dem Schach. Und dann hängt der Turm F4. Insofern geht der Turm F4 zurück. Und Friedrich marschiert munter weiter. Neben darf man den natürlich nicht. Das ist das gleiche Motiv, was wir eben schon gesehen haben. Kommt Turm D3 Schach. König muss ziehen. Und dann ist der Turm F4 weg. Insofern muss Weiß weiter den Rückmarsch antreten. Und jetzt kommt Turm D3. Und Schwarz hat, und das ist immer ganz wichtig, ein zweites Ziel gefunden. Wenn man ein Ziel hat, das war in diesem Fall der Bauer C3, dann ist es wichtig, den Druck dagegen zu maximieren. Aber in der Regel reicht das nicht, die Partie zu gewinnen. Und die Partie zu gewinnen muss man, wenn man gegen ein Ziel spielt und da den Druck aufgebaut hat, muss man sich dann ein zweites Ziel schaffen. Oder erstmal eine zweite Front aufmachen. Und diese zweite Front, das ist ganz klar, die ist hier am Königsflügel. Und jetzt findet, jetzt muss ich erstmal mein klingelndes Telefon ausmachen. Ach, und das liegt da hinten. Entschuldigung für die Unterbrechung. So. Wobei ich stehen geblieben? Ah ja, hier ist die zweite Front. Und der Turm hat auf G3 mit dem Bauern G2 ein zweites Ziel erspäht. Er hat jetzt sogar beide Ziele im Auge. Und dem Weißen wird es schwer und schwerer fallen, seinen Laden zusammenzuhalten. Denn er operiert ja schon auf extrem engem Raum. Er hat ja nur noch diese, eigentlich nur noch diese zwei Reihen, auf denen seine Figuren Platz finden. Während der Schwarze, man sieht schon, dass der hier die schwarze Lawine den Weißen überrollt hat. Unmerklich fast. Es ging so nach und nach. Turm G3. Jetzt hängt G2. Jetzt spielt der König F1. Springer D3. Jetzt hängt der Turm auf E1. Muss er decken. Turm E2. E5. Und da ist die, das nächste Motiv. E5 hat die wunderbare Idee, die H-Linie zu räumen. Jetzt droht Turm H6 und Turm H1 matt. Nebenbei liegt halt auch noch F3 in der Luft. Mit dem Vormarsch des F-Bauern, der dann langsam in der Gewalt wird. Und der Turm E2 hat dann Atemnot. Der findet auch schon nicht mehr so richtig Felder. Jetzt mit König G1 hat der Weiße antizipiert, dass F3 kommt. Das Turm H6 kommt und hier das Einbruchsfeld H1 schon mal gesperrt. Aber jetzt ist halt der Gehbau gefesselt. Es kommt F3. Darauf hatte sich der Jakob-Leon-Pajegen-Springer F1 zurechtgelegt. F-E Turm E2 Und der Turm kommt nicht raus. Der Turm G3. Das ist aber nicht schlimm, denn jetzt kommt Springer F4. Mit Angriff auf den Turm E2. Und jetzt gewinnt Schwarz einfach Material. Springer G3, Springer E2, Springer E2. Und Schwarz hat eine Qualität mehr. Und der A2-Bauer ist gleich auch noch weg. Und mit einer Qualität weniger hat sich der Weiße dann entschieden, hier aufzugeben. Die Stellung ist natürlich total verloren. Tja. Und das war's schon. 49 Züge aus einem Guss. Und Frederik hatte seine erste Großmeisternorm unter Dach und Fach. Schon toll. Und man kann hier gar nicht so auf So, ich zeige ja hinterher gerne immer Schlüsselmomente. Aber die haben wir hier gar nicht so richtig. Es ist halt wirklich es setzt sich so nach und nach diese schwarze Lawine. Also der Weiße muss sie hier einmal mit mit G4 stoppen. Hier sollte der Weiße G4 spielen. Nachdem er das nicht gemacht hat, rollt da wirklich eine Lawine auf ihn zu. Und Weiß steht an beiden Flügeln schlecht. Und dann sind hier noch diese Einbruchsfelder. Und das ist dann halt ganz wunderbar, wie die wie dann die Türme auch das Weiße Lager infiltrieren. Wie dann dieses Turm H6 H1 Motiv noch in der Stellung liegt. Das war halt ich meine, das ist halt ein riesig starker Spieler, der Weiße. Ein IM mit knapp 2400. 18-Jähriger kann gut sein, dass der effektiv noch stärker ist als seine knapp 2400. Und das sah halt so gar nicht danach aus. Das sah eher nach Klassenunterschied aus. Der hat den einfach überspielt. Das ist schon super stark. Wenn es ganz einfach aussieht, dann ist es meistens super stark. Ja, Frederik Swann hat die erste Großmeisternorm. Er braucht noch zwei. Er braucht ein Rating über 2500. Das wird er wahrscheinlich jetzt schon fast haben nach diesem Turnier. Bei Jugendlichen gehen die Zahlen ja immer sehr schnell hoch. Wir bleiben natürlich am Ball und sind gespannt, wann die zweite Norm kommt. Okay, für den Moment vielen Dank fürs Zuschauen.